Aber Elner, Spielklub ist aufgeflogen. Gut, das schadet uns nichts. Nur wie ist der Inspektor dahinter gekommen? Hat er mich gesehen? Oder hat man mich verfolgt? Du brauchst keine Angst zu haben, Gladys. Wirklich nicht. Wirklich nicht, Elner. Sagst du mir auf die Wahl? Aber ja doch, mein Schatz. Ich werde dich doch nicht belügen. Du kannst es mir glauben, bis die Polizei dahinter kommt, sind wir längst über alle Berge. Warten Sie hier vor der Tür, Sascha. Erwartet jemand? Nein. Frag der da ist. Wer, wer ist da? Polizei, das ist ein bisschen. Ich will jetzt nicht die Nerven nämlich zusammen. Geh schon. Eine Sekunde, ich, ich komme schon. Ach, Sie sind es, Inspektor, und zwar. Das ist aber eine Überraschung. Stimmt. Es hat keinen Sinn zu leugnen, Miss Gardner, so heißen Sie doch. Wir besitzen ein Funkfoto der echten Wander-Norville. Setzen Sie sich. Sie werden verstehen, dass ich nun einige Fragen an Sie habe. Zunächst einmal, in welchem Auftrag arbeiten Sie? Und wer ist der Mann auf diesem Foto? Sie sind bekannt, sonst weiß ich nicht, was Sie meinen. Hören Sie zu, Miss Gardner. Und wenn Sie vernünftig sind und gestehen, können Sie vielleicht als Kronzeugin mit einem blauen Auge aus dieser Geschichte herauskommen. Versprechen Sie mir das? Er heißt Ellen Davies und... Können Sie sich um sie! Ja. Vielen Dank.